Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Bastian Schweinsteiger spielte 90 Minuten als Innenverteidiger durch Urheberrecht Getty Images, Bastian Schweinsteiger feiert in der Major League Soccer endlich wieder einen Sieg. Nach zuletzt neun sieglosen Spielen in Folge lässt Chicago Fire dem Gegner aus Orlando keine Chance. Im ersten Spiel nach Bastian Schweinsteigers Abschiedsspiel in München hat Chicago Fire in der Major League Soccer seiner Sieglosserie ein Ende gesetzt. Im Keller-Duell gegen Tabellen-Schlusslicht Orlando City gewann Fire nach neun Spielen ohne Erfolg deutlich mit 4 zu 0, 2 zu 0. Bereits nach drei Spielminuten brachte Neymann Janikulic das Team aus Illinois in Führung. Nach einer knappen halben Stunde erhöhte Alexander Katai auf 2 zu 0, 28. Nach dem Seitenwechsel schraubten Michael Deleufe 56. und Nikolic 70. das Ergebnis noch auf 4 zu 0 in die Höhe. Schweinsteiger, der erneut als Innenverteidiger fungierte, spielte 90 Minuten durch, wirklich Hoffnung im Kampf um die Playoffs besteht für Fire jedoch nur noch theoretisch. Mit lediglich 27 Punkten liegt Chicago bei noch sechs ausstehenden Partien auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference. Der Rückstand auf Playoff Rang 6 beträgt noch immer 12 Punkte, D-A-T-E-N-C-E-N-T-E-R. Die Tabelle der MLS-Vereit-Phillips mit Hattrick im Spitzenspiel der Eastern Conference zwischen dem zweiten New York Red Bull und Spitzenreiter Washington DC United war Bradley Vereit-Phillips der gefeierte Mann. Dem englischen Stürmer gelang beim 3 zu 3 ein Hattrick für New York, Vereit-Phillips gelich in der 90. Minute auch aus. Für United traf Wayne Rooney zum zwischenzeitlichen 2 zu 1. Für den ehemaligen Kapitän der englischen Nationalmannschaft war es der fünfte Saisontreffer. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sport-Informationsdienst Mehr von Sport-Informationsdienst